Hi meine Lieben! Heute mache ich jetzt mal ganz schnell noch ein Video. Ich bin gerade auf dem Sprung. Und zwar, es geht um meine Augen. Jetzt sieht man sie mich richtig schön. Meine Augen sind richtig offen. Ich habe eigentlich Schlupflider. Und die habe ich jetzt einfach wegretuschiert mit diesen Dingern hier. Das sind Schlupflider-Tapes. Wonder-Eye-Lead-Tapes heißen die. Es gibt verschiedene Größen davon. Ja, ich erkläre kurz, wie man das macht. Also man geht einfach hin, macht halt so, guckt halt dann auch, wo das Lid, also die Lidfalte ist. Und da klebt man die Dinger einfach dann rein. Die sind ziemlich klein und schmal. Und ja, man kann sie auch überschminken. Ja, jedenfalls klebt man die Dinger halt da dran. Ja, wie man sehen kann, ich habe jetzt schöne, große Augen. Und ich finde, das sieht gut aus, so wie es aussieht. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Ciao! Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause und ich habe die Tapes entfernt. Und wie man jetzt sehen kann, meine Augen, also meine Schlupflider sieht man hier total, zumindest hier. Das Auge, das sieht man jetzt nicht so arg, aber das ist schon ein Unterschied, finde ich, im Gegensatz zu vorher, wo ich die Tapes dran hatte. Ja, also wie gesagt, ich kann die jedem nur empfehlen. So, ja, ich gehe jetzt dann schlafen und gute Nacht. Ciao! Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause.